Guck mal, ich mache morgen noch mal schmule Motorilfe. Ja, so ist das, ne? Praktikum ist anstrengend. Super, das passt. Schau mal, das passt. Hast du gut hingekriegt. So, und jetzt bestreichen wir noch ein bisschen Oliven. Und dazu... Ich tue mal ein bisschen drauf tröpfen. Und jeder weiß noch, jeder weiß noch, wer hört. Genau. So, und jetzt gehst du hier, Clemens. Und tust, Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und tust jetzt mit deinen Fingern das so zart bestreichen. So, genau. So, und du auch? Ich komme da hinten nicht dran. Ah, gleich. So. So, jetzt gehe ich mal. Die. Das ist kaputt. Vielen Dank.